Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meinem ersten Advents-Podcast in 2018. Wir feiern heute den ersten Advent und ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen die Geschichte der vier Kerzen, die Ihnen wahrscheinlich bekannt sein dürften, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise über die vier Advents-Sohn-Tage nahezu. Am ersten Advents-Sohn-Tag zünden wir symbolisch ein Licht an. Diesmal ist es das Licht der Hoffnung. Ich hoffe für Sie, dass diese Adventszeit für Sie ruhig und besinnlich, liebevoll, hoffnungsfroh wird und wird mir diese Kerze verhoffen. Ich würde mich freuen, Sie am nächsten Sonntag, am zweiten Advent, wieder hier bei meinem Podcast begrüßen zu dürfen, wenn sich zu dieser ersten Kerze die zweite gesellenfacht. Vielen Dank und bleiben Sie aufmerksam. Ich wünsche Ihnen, Ihr Loftian, Kyumok.